Auch wenn die Glanzzeit Vergangenheit ist. Violetta Hallenzauber hat immer wieder Saison. Es wurde das erste Mal aufgrund dessen, dass der Herbert Prohaski gesagt hat, dem Buben müsst ihr unbedingt einen Pokal geben, wurde ein Tor des Turniers prämiert. Und ja, habe ich dafür einen Schneierbecher gekriegt, war eine super Sache. Fußball und Tore zum Genießen, all das zeigt die Austria in den 80er Jahren auch am Feld.